Sehr willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der FIFA 16 Rating Meinung mehr oder weniger, denn es wurden gerade natürlich mal wieder um 18 Uhr von EA die nächsten 10 Ratings veröffentlicht, Platz 41, Quatsch Platz 40 bis 31 und es sind wieder ein paar Sachen dabei, wo ich mir an den Kopf fasse und mir denke, was ist da schief gelaufen, aber dazu gleich mehr. Wenn es euch gefällt, lasst doch schreibt eure Meinung in die Kommentare, was denkt ihr, was hat den Spielern irgendwie oder was fehlt den Spielern, was ist zu viel bei den Spielern und so weiter und so fort, würde mich auf jeden Fall mal interessieren, lasst uns schaut bei RANDRUN vorbei, Link ist in der Videobeschreibung genauso zu Instagram, Facebook, Twitter, Instagram und bei Twitch könnt ihr auch vorbeischauen, wenn ihr da Bock drauf habt und da mal folgen, denn in Zukunft werden natürlich wieder weitere Likes kommen, spätestens wenn die Demo rauskommt. Wir starten direkt durch mit dem ersten Spieler und das ist Gerard Piguet, 85er Rating, 64 Pace, 67 passen, 86 Defending, High Medium Arbeitraten, Long 84er Rating gehabt, jetzt 85, ich persönlich hätte ihn ja auf 86 gesehen, hat sehr sehr stark gespielt, hat allerdings ein paar Wackler wieder mal gehabt, allerdings nur ganz ganz selten, normalerweise hat er Jürgen gehabt, letztes Jahr war 84 in Ordnung nach der Saison, nach dieser Saison wäre 86 vielleicht eher angemessen, aber ich denke mit 85 kann man sich auch noch begnügen, die Karte sieht an sich sehr stark aus und ich denke mal, das ist auf jeden Fall so, da kann man nicht wirklich viel zu sagen, da fehlt nichts und das ist eigentlich von den Stats her genau das, was man erwartet vom Rating her, könnte es halt auch 86 sein, aber 85 ist denke ich mal auch ganz in Ordnung. Nächste Karte kommt nämlich jetzt zu langsam schon zu den Kontroversen und der nächste ist schon, also das ist so eine Sache, denn es ist Mats Hummels und Hummels hat ebenfalls ein 6 von 8 Rating bekommen, das kann ich wiederum nicht verstehen, er hat 64 Tempo, 70 Dribbling, 88 Defending, 67 Füßes, ich bin ja allgemein nicht so wirklich Fan von Mats Hummels, teilweise schon, teilweise auch wieder nicht, ich finde aber, letzte Saison hat er wirklich auch auch am Ende immer noch nicht die Leistung gemacht, die man von ihm erwartet, äh, oder erwarten hätte, sollen, können, tun, hinst, frrt, egal, auf jeden Fall gerade in der Hinrunde, extrem, extrem schwach gewesen, sehr viele Fehler gemacht und wirklich nicht die Leistung abgerufen, Rückrunde besser geworden, natürlich ist ein Kopfball, der Spieler ist gut in der Offensive und so, aber defensiv, 88 Defending, das sehe ich einfach bei Hummels nicht, es tut mir wirklich leid, also teilweise ja, teilweise aber halt auch nicht, man muss so einen Mittelwert finden und da ist einfach 88 Defending und 86 Rating für mich zu hoch. 85 hätte es in meinen Augen auch getan, 85 wäre für mich das Rating gewesen, ich glaube, ich habe auch 85 prediktet, von euch zugestimmt, Dortmund hatte einfach, bis auf die Rückrunde, da waren sie wirklich stark, eine scheiß Saison und auch in der Rückrunde, weil die Defensive jetzt nicht so sattelfest, da war einfach die Offensive mittlerweile, ähm, zumindest ist es in meinen Augen so, also Hummels 86 finde ich persönlich ein Rating zu hoch, sollte, ähm, mit 85 geratet sein und ich denke mal, dann wären wir da deutlich besser, irgendwer rastet gerade durch meine Striche, ich weiß nicht, warum man das tut, aber egal, wir kommen zum nächsten Spieler und, ähm, das ist dann, ja, der nächste Deutsche und zwar Bastian Schweinsteiger, Schweinsteiger ist auch so eine gute 86er Rating dieses Jahr, äh, 79 Dribbling, 79 Shooting, 84 Passen, 78 Physis, High-High-Arbeitsraten, ähm, Minus 2 haben wir gleich zum letzten Jahr und ich denke mal, das ist angemessen, er ist älter geworden, er hat bei United bisher noch nicht so krass überzeugen können, ähm, er hat bei Bayern zuletzt auch nicht mehr so krass überzeugen können, bei lange Fallen letzt, beziehungsweise hat einfach nicht viel, etwa hat er immer gespielt, so gut wie, aber er ist halt einfach älter geworden, das merkt man deswegen, das Rating, dass es runtergegangen ist, ist vollkommen nachvollziehbar mit 86 immer noch in den Top 40 immerhin drin und daher auf jeden Fall verständlich, dass man ihn auf dieses Rating gepackt hat, also da, äh, gibt's auch keinen Stat, wo ich jetzt sage, der ist irgendwie falsch, ich denke mal, die sind alle ganz in Ordnung und von daher muss man dazu nicht viel, viel kontroverser wird wieder bei der nächsten Karte, denn das ist Marco Reus, Reus persönlich hätte ich auf 87 gesehen, ich glaube, das habe ich auch so prediktet, dieses Jahr 86er Rating, 90 Pays, 86 Dribbling, 85 passen, da wiederum kann ich's nicht verstehen, also, Hummels kriegt quasi das gleiche Rating, obwohl er nicht wirklich gut gespielt hat, Reus hat gut gespielt, in der Rückrunde auch, also wenn er nicht mal verletzt war, weil das ja in der letzten Saison relativ oft der Fall war, und, äh, kriegt weiter in der 86er Rating, Reus hat die auf 87 gesehen, gerade weil der einfach so bockstark ist, der kann entscheiden, der ist bei Dortmund, in meinen Augen der beste Spieler, sollte dementsprechend auch besser geratet sein als Hummels, aber sie geben 86, trotzdem ist das noch nicht so schlimm, weil die Werte halt wirklich sehr geil sind, 80 passen, 84 Shooting, 86 Dribbling, 90 Tempo sind genau das, also quasi fast exakt das, was man nötigt auf der Karte von Marco Reus, und, äh, von daher ist das alles nichts noch wilderes in diesem Countdown, und ich denke mal, mit 86 ist man bei Marco Reus auch ganz gut aufgehoben, nur in Relation zu Hummels finde ich das halt ein bisschen zu niedrig, aber ob 86 oder 87 ist im Endeffekt nur für häufiger in Packs, und kostet vielleicht nicht ganz so viel wie mit 87, wer weiß, ähm, gut, ich würde sagen, damit kommen wir auch schon zum nächsten Spieler, ebenfalls 86, ebenfalls aus der Bundesliga, das ist sein Name, äh, 77 Tempo, 81 Dribbling, 79 Shooting, 80 passen, 83 81 Füßes, 83 Defending, es fehlen nur drei, äh, Punkte bei Pace und einen Punkt bei Shooting, um, äh, alles jetzt über 80 zu kommen, ich denke mal, das wird mit dem ersten Inform, der bald kommen sollte, relativ schnell, äh, Geschichte sein, hohe Arbeitsraten natürlich, ich denke auch bei Vidal muss man absolut nichts dazu sagen, da kann man sie nicht beschweren, die Karte ist stark aus, und genauso gut wie man sie hätte machen können und sollen, ähm, an sich, ja, wie gesagt, gibt da nicht wirklich was zu meckern, die Füße ist gut, das Defending ist gut, das Passspiel könnte vielleicht auch in Ordnung, auf jeden Fall, vielleicht liegt es so ein bisschen am Flanken, dass es nicht so hoch ist, 81 Dribbling ist perfekt, Shooting ist auch in Ordnung, also da kann man sich wirklich nicht beschweren, auf die Karte kann man sich nur freuen, wahrscheinlich wird die auch relativ werden, aber sieht da einfach geil aus, und, äh, wird Schweinsteiger bestimmt gut ins zentralen Mittelfeld ersetzen, im Vergleich zu vorher, ist es momentan eigentlich ja schon ganz stabil, was Bayern da so liefert, in der Regensaison, gut, jetzt kommen wir zu jemandem, der im Vergleich zu einer anderen Karte wieder kontrovers ist, und das ist Wayne Rooney, 86er Rating, 75 Pace, 81 Dribbling, 86, 81 passen, 87 Füßes, Medium-High-Arbeitsraten, schon mal richtig scheiße, und jetzt ist noch die Frage, warum zum Geier 86, genauso wie bei Hummels, er hat keine Saison gespielt, er hat schlicht und ergreifend keine gute Saison gespielt, ähm, Rooney hat seit Ewigkeiten das erste Mal, dass er wieder auswärts getroffen hat, glaube ich war gegen Brügge, Dreierpack, und, äh, allgemein ist er, der spielt meiner Meinung nach einfach nicht mehr so, wie er spielen könnte, beziehungsweise wie er mal gespielt hat, allgemein war United nicht so krass, Roonies Marktwert, ich gucke gerade mal vorsichtiger, Markt, äh, nach ist, glaube ich, auch gesunken im letzten Jahr, genau um 5 Millionen, ist dann aber gesunken, in diesem Jahr sogar schon, und, ähm, von daher, ja, bisher kein Tor in der Premier League, ähm, bei Manchester United, letzte Saison gucke ich gleich nochmal nach, also 86 finde ich im Vergleich zu anderen Karten, wie beispielsweise Reus, doch schon ein bisschen übertrieben, 85 hätte es meiner Meinung nach auch gern, letzte Saison immerhin 12 Tore für den Vorlagen, ich glaube, er hat auch ein Team of the Season bekommen, ne, also von daher kann man das vielleicht schon nachvollziehen, aber trotzdem, äh, ich habe auch auf Facebook gelesen, ähm, dass viele sagen, dass es einfach ein Scherz, auch im Vergleich zu Jaya Toure beispielsweise, dass Rooney eine 86 hat, Der ist Stürmer und, äh, spielt momentan einfach nicht mehr so gut, wie er mal war, es wäre schön, wenn er so gut spielen würde, aber ich denke mal, so kann Anthony Martial, der gerade hier, wie ich sehe, äh, tatsächlich zu United wechselt, das ist der, äh, rausgeworfenste Geldtransfer aller Zeiten, aber gut, ähm, ähm, 86 für mich persönlich zu hoch, schreibt es mir in den Kommentaren, ich will da jetzt nicht mehr viel zu sagen, denn jetzt kommen wir zu was Lächerlichem, und zwar zu dem Lächerlichsten bisher in diesem Countdown, und dem, was ich am meisten konnte, und zwar zu Thomas Müller, 86er Rating, Also Rooney 86 kann ich vielleicht irgendwo noch mit leben, aber dann Müller 86 mit 77 Tempo, auf welchem Stern, äh, ganz ehrlich, also irgendwelche Scouts müssen ja da wirklich bezahlt werden, dass sie diesen Job machen, aber wie viel Geld bekommen die denn dann? Die müssen denen eigentlich Geld bezahlen, dass sie denen so eine Scheiße andrehen, 72 Physis, 72 Physis, das spricht dafür, dass er um die 70 Körperstärke hat, und um die 70 Jumping, das macht ja überhaupt keinen Sinn, dazu 80 passen, ja, okay, 84 Shooting, sehe ich auch nicht, also da könnte locker eine 86 stehen, 79 Dribbling, in Ordnung, 77 Tempo ist dann wieder lächerlich, also das 86er Rating, ich hab's ja gesagt, also 87, 88, das wäre eher angemessen, viele mögen Müller nicht, viele sehen Müller als wirklich stokligen Fußballer, der nichts kann, Aber der Typ ist einfach ein eiskalter Torjäger, der ist richtig gut, was das Spiel angeht, der ist einfach ein genialer Fußballer, und ist der beste Deutsche momentan zur Zeit, also zur Zeit, finde ich, das könnte mir gerne widersprechen, aber ich sehe Müller momentan als stärksten deutschen Fußballer, und das auch, wenn viele Bayern-Hater natürlich da sind und sagen, Müller ist scheiße, ist aber nicht so wild, weil, ähm, er bringt jedes Jahr seine Leistung, er ist jetzt schon einer der erfolgreichsten Wärmtausschützen aller Zeiten, und kriegt jetzt das gleiche Rating wie Wayne Rooney, obwohl er eine krasse Saison gespielt hat, und obwohl er immer klar wird, und jetzt diese Saison auch schon wieder 5 Tore geschossen hat, das ist irgendwo einfach, das passt nicht, und deswegen finde ich es lächerlich, dass, ähm, Thomas Müller eine 86 hat, eine 87, 88 gepasst, 88, äh, vielleicht sogar noch er als 87, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, aber ich hätte nichts dagegen gehabt, diese, ähm, ja, ja, quasi doppelte 8 bei Müller zu sehen. Zu Karim Benzema, 86, auch das passt einfach wieder nicht, also ich verstehe, dass Benzema eine 86 hat, hat eine gute Saison gespielt, ist ein super Torjäger, ist ein super Stürmer, aber im Vergleich zu Müller, ehrlich, Müller ist besser als Benzema, und da verstehe ich einfach die Relevanz, oder, ähm, quatsch hier, die, ähm, die Relation nicht zueinander, so ist das richtige Wort. 83, 83 Dribbling, 84 Shooting, die Karte an sich, ohne jetzt mal weiter auf diesem, auf diesem Müller im Vergleich zu Benzema-Training rumzuhalten, ist, äh, relativ nice, also die Stats sehen gut aus, auch da wundern mich so ein bisschen 84 Shooting, ich hätte eher 85, 86 erwartet aber gut, ansonsten die Karte wirklich sehr, sehr stark mit Forster Skills und Forster Weakfoot, und ich denke mal, da hat man wieder eine richtig gute Option im Sturm. Ich glaube, letztes Jahr war er 85, vor das Jahr war er, glaube ich, nur 84 oder so, also er ist quasi wieder hochgekommen, oder war er vor 86, irgendwann war er, glaube ich, sogar schon mal 86, also ist quasi wieder hochgekommen aus diesem, aus diesem Loch, was er mal kurzfristig, gerade durch die WM 2014, da war er auch sehr stark, ähm, letzte Saison sehr stark gewesen, und ich denke mal, dass es diese Saison genauso werden wird, Karim Benzema, ein sehr, sehr guter Stürmer, der zu Recht hat 86er Rating, hat nur halt in Relation zu Thomas Müller irgendwie nicht. Wir kommen zu den beiden letzten Spielern in diesem Countdown, und das ist einmal Thibaut Kurz war, 86er Rating, äh, glaube ich, nicht so wirklich, äh, Veränderung zu den Stats und Vergleichs, die Diving, 88 Reflexe, 87 Handling, 86 Positioning, ähm, ja, braucht man nicht viel zu sagen, letztes Jahr 86er Rating, dieser 86er Rating hat eine gute Leistung bei Chelsea gebracht, ist ein super Torwart, ist ein junger Torwart, der sich noch entdecken kann, und von daher ist 86 da auf jeden Fall angemessen, jetzt kommen wir zum nächsten, und das ist Paul Pogba. Ja, gut, 86er Rating kann man machen, 85 vielleicht auch gelangt, aber ich denke mal, 86 ist auch in Ordnung, weil Pogba ist ein extrem guter und extrem talentierter Spieler, trotzdem, ähm, gerade auch weil Juventus momentan keinen so guten Saisonstart hingelegt hat, und bei immer mal wieder Spielern, wo er einfach unauffällig ist, wäre 85 vielleicht auch wieder im Vergleich zu Thomas Müller, äh, ein bisschen realistischer gewesen, aber gut, 86 ist von mir aus auch drin, aber gleich zu Rooney, dann wieder passt das, äh, 77 Tempo, 86 Dribbling, 80 Shootings, 82 passen und 88 Physis, 74 Defending ist alles sehr in Ordnung, Forster Skills und Weakfoot, viele haben sicher die 5, hat er leider nicht bekommen, ich denke mal, in den nächsten Jahren irgendwann wird das passieren, zentrale Mittelfeldspieler, äh, 5 Stern Skills gibt's halt nicht so oft, und, äh, ich denke mal, vielleicht ist mit Forster Skills auch besser, weil es auch ein bisschen günstiger und erschwinglicher, obwohl er ein 86er Rating hat und extrem teuer sein wird, äh, vor allem, weil die Karte auch einfach extrem overpowered aussieht, äh, kann man aber trotzdem auf jeden Fall so machen, und ich freue mich gerade auf Vidal, äh, das sind die beiden Karten, die ich aus diesem Countdown hier am interessantesten finde, Reus natürlich extrem, extrem stark, und auch beispielsweise Thomas Müller sehr, auch wenn der für mich immer noch zu lang ist, aber da könnt ihr mir gerne, wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare schreiben, morgen geht's dann weiter mit den Ratings, äh, 31 bis, nein, Quatsch, 100, nee, doch, was, warte, nee, 30, 30 bis 21 müssen es sein, genau, alter Schwede, ja, Mathe ist nicht meine Spezialität, ihr wisst es, äh, ich fahre jetzt einmal zum Training, das heißt, dieses Video wird ein bisschen später kommen, ich denke mal so, gegen halb 10 oder so, ich denke mal trotzdem, das ist noch in Ordnung, ähm, wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare, ich hoffe, wir freuen euch auf morgen, bis dann, lasst ein Like da, haut rein, und ciao! Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.